Ein neues Video von KuchenTV zu STRG F vs Rezo. Keine Ahnung, die kamen wohl zurück, ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. Ich habe zuletzt mitbekommen, dass Rezo STRG F zerstört hat. Dann haben die geantwortet und dann hat er sie nochmal zerstört, weil die offenbar das mögen zerstört zu werden, ähnlich wie Julioca. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, die sind jetzt wohl zurück und lassen sich nochmal zerstören. Keine Ahnung, schauen wir rein. Jo Freunde der Öffentlich-Rechtlichen, ich weiß, wenn ich Videos zu Funk mache, dann fühlt ihr euch so. Der hat eine Kokosnuss auf den Kopf gekriegt. Und deswegen geht es heute nochmal um STRG F. Die hatten nämlich vor ungefähr 6 Monaten einen riesigen Skandal. In ihren Videos zu Mon... Ich glaube, es ist Zufall, dass sie den Buchstaben F ausgerechnet haben, passt eigentlich sehr gut. ...Nutrition haben sie nämlich einige Unwahrheiten über Rezo gedroppt. Der hat dann auch zwei sehr heftige Videos zurückgemacht und in einem Statement-Video von STRG F haben sie logischerweise natürlich einfach weitergelogen. Okay, wir spielen Papier, Schein, Schere, wenn ich verliere, dann müssen wir Rezo fronten. Papier, Stein, Schere. Ach, verdammt aber auch. Also, wenn man sich auf YouTube mit einer Person anlegen sollte, dann definitiv Rezo. Ich würde sagen, mit Kuchen-TV sollte man sich auch nicht anlegen. Aber das hat eine Person in den letzten Tagen schon missachtet. Und zwar der gute Erwin, Polytopia. Die haben aktuell Beef. Das schauen wir uns nachher auch noch an. Steuerung 11 hatte dann gesagt, dass sie erstmal eine Pause machen, die ganzen Fehler aufarbeiten wollen und danach irgendwann wieder zurückkehren wollen. Jetzt nach 6 Monaten haben sie dann tatsächlich wieder ein Video hochgeladen, was nicht allzu gut angekommen ist. Dazu gibt es jetzt auch eine 17-seitige PDF, wo die ganze Ausarbeitung nochmal drinnen ist. Ein eigenständiges Video dazu haben sie nicht hochgeladen. Und ich frage mich so ein bisschen, wie zu... Na gut, das ist vielleicht aber auch smart, weil ein Video werden sich ja viel mehr Leute anschauen. Wenn es dann so eine Stellungnahme ist, dann wirkt das vielleicht... Keine Ahnung, dann wirkt das so offiziell. Und die wenigsten werden sich dann diese Stellungnahme durchlesen und versuchen darin die Fehler zu finden. Weil das für die einfach langweilig ist und viel weniger interessant, als wenn die jetzt ein eigenes Video gemacht hätten. Das ist ja auch viel schlechter, um Videos dazu zu machen, weil so eine Stellungnahme die ganze Zeit vorzulesen ist einerseits voll anstrengend und zweitens ist halt auch viel weniger Abwechslung im Bild, wenn du nur die ganze Zeit irgendwas vorliest. ... zur Hölle, kann man sechs Monate brauchen für ein 17-seitiges PDF? Hallo Chef, die Ausarbeitung... Ja, ja, also wir sind die ganze Zeit dran. Können Sie mir nochmal einen neuen Wein bringen? Ja, also ich denke, in ein paar Monaten sind wir da auf jeden Fall fertig. In dem Abschlussbericht steht, und das ist eigentlich ziemlich schade, dass es nur um die Rezo-Sache, More Nutrition und die Superreichen-Doku geht. Das Ding ist, dass die in der Vergangenheit auch davor schon immer mal wieder in der Kritik standen. Beispielsweise hat auch der Parabel-Ritter dazu sehr, sehr gute Videos hochgeladen. Wirkt hier halt so... Guck mal, da sah der Parabel-Ritter aber noch ein Stück jünger aus, oder? ... beispielsweise hat... Oder? Der ist ganz schön gealtert, seitdem er bei Funk ist. Der sieht auch jetzt ein bisschen mehr nach einem Echsenmenschen aus, tatsächlich. Also noch ein bisschen mehr. Ob man wirklich nur die Fehler jetzt besprechen möchte, die die größte Reichweite hatten, in der Hoffnung, dass die anderen Sachen die Leute sowieso nicht interessieren. Jetzt kommen wir aber mal zur PDF. Was mich daran unter anderem stört, ist die Masse an Leuten, die daran mitgearbeitet haben. Erstmal waren natürlich die ganzen Autoren dabei, dann noch weitere Journalisten, die nicht dabei gewesen sind, dann noch drei externe Journalisten und natürlich die Redaktionsleiter. Die verantwortlichen Auftraggeber waren natürlich ebenfalls mit einbezogen. Ja, außerdem deren Familie, Tanten, Onkel, ähm, Katzen. Katzen gehören auch zu einem guten Statement dazu, das haben wir alle gelernt die letzten Wochen. Katzen und... Ja, keine Ahnung. Freundeskreis. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, das ist doch super, dass die so ein großes Team zusammengestellt haben und da wirklich offen mit umgehen wollen. Das Ding ist aber, dass das keine Fehler waren, wo man sagen kann, boah, ich hab wirklich gar keine Ahnung, wie das jetzt passieren konnte. Sondern, das war einfach... Nein, die haben halt straight up gelogen. Da wird es schon schwierig, irgendwie sich zu acht einer Ausrede oder... Wie viele Leute waren es? 16? Keine Ahnung. Endlos viele Leute auf jeden Fall eine Ausrede zu überlegen. Da wäre eigentlich der einzige hilfreiche Take, den man bringen könnte, ja, gut, war von uns absolut nicht okay. Machen wir nicht nochmal, war ein Fehler. Vielleicht die Leute auswechseln, die dafür verantwortlich waren, dass das so schlecht oder vielleicht auch bewusst manipulativ gearbeitet wurde. Und dann... Ja, weitermachen. Aber mehr Leute braucht man dafür in der Ausrede wirklich nicht. ...fach journalistisches Unvermögen und dann hat man versucht, seine Fehler durch weitere Lügen zu vertuschen, weil man es nicht zugeben wollte. Warum sollen da ein Dutzend Leute daran arbeiten, wenn die Fehler so offensichtlich gewesen sind? Jeder YouTuber, der dazu ein Video gemacht hat, hat das mindestens genauso gut zusammengetragen. Was mich daran vor allem stört ist, wer bezahlt das Ganze? Logischerweise wir, weil die bei den Öffentlich-Rechtlichen sind. Die schmeißen das Geld halt einfach aus dem Fenster, weil die denken, dass die daraus eine Masterarbeit oder sowas machen müssen. Und dass so viele Leute... Ja, aber vor allem allein schon, dass man kein Video daraus macht, wirkt schon fast ein bisschen so, als wollte man Kritik vorbeugen. Weil wie gesagt, auf so ein schriftliches Statement gehen wesentlich weniger Leute ein. Das ist tatsächlich so ein Ding. Ein Video ist viel spannender, da kann man Ausschnitte nehmen und so weiter. Sechs Monate lang daran gearbeitet haben und am Ende hast du 17 Seiten. Ist halt einfach lächerlich. Ein Fehler, den sie unter anderem eingesehen haben, ist folgendes, was sie damals behauptet haben. Am Ende bleibt, Rezo trennt sich nicht von morgen. Den Fehler sehen sie ein. Naja, ob man dafür jetzt zehn Leute brauchte, keine Ahnung. Weiter geht es... Safe. Also, wir haben gelogen, ist halt auch schon ein Satz. Da muss jeder ein Buchstaben schreiben und dann wird man irgendwann fertig vielleicht. Das ist dann mit dem Telefonat. Dort sagen sie folgendes. Als das Telefonat mit Rezo am Nachmittag des Veröffentlichungstages geführt wurde, war das Video also bereits... ...des Veröffentlichungstages... ...fertiggestellt. Die Beteiligten von STRG F waren zu dem Zeitpunkt aufgrund der Nachtschicht übermüdet. Das Telefonat mit Rezo ist von unterwegs zu Fuß und während einer Autofahrt geführt worden, ohne dass Notizen angefertigt wurden. Das Telefonat war konflikthaft verlaufen. Der Inhalt des Telefonats konnte dann auch nur bruckstückhaft wiedergegeben werden. Hier widersprechen sie sich zweimal selber. Denn ein Absatz später schreiben sie, dass STRG F das Verlassen von Rezo bei More Nutrition nur als vagen Plan wahrgenommen haben und das Wort auf... Also warte mal, das Gespräch verlief konflikthaft. Vielleicht aus dem Grund, dass ihr ihm Lügen unterstellt habt? Wäre das eine Option? Es könnte das ein Grund sein, warum es konflikthaft verlief? Vielleicht ist es nicht so ganz... ...so ganz... ...zweiseitig? Okay, jetzt ruckelt es sehr heftig. Mein Stream ruckelt wieder. Was soll ich da machen? Ich kann auch Bitrate noch ein bisschen runterstellen, aber das ist echt nervig heute. Anscheinend hat mein Internet gar keinen Bock. Ich kann die Bitrate auf 800 runterstellen, dann habt ihr einen schlechten Stream, aber mit... Ohne Ruckler. ...Vertrag nie gefallen ist. Ja, also was denn jetzt? Konnte das Gespräch nur bruckstück... Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Bruchstückhaft. ...wiedergegeben werden, oder sind sie sich zu 100% sicher, dass das nur ein vager Plan war und das eine Wort wurde auf gar keinen Fall genannt? Vor allem haben sie im ersten Statement-Video noch das hier gesagt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, eine wichtige Info. Und zwar eine, die juristisch ist. Quasi ein Geschäftsgeheimnis. Rezo hätte uns also auch diese Information schriftlich geben müssen. Was er ja nicht getan hat. Und warum führt ihr dann das Gespräch, wenn ihr... Also ihr stellt Fragen, die ihr dann eh nicht verwerten wollt. Großartig. Das heißt für unseren Bericht, wir konnten euch die Info nicht geben. Immerhin sehen sie hier aber ein, dass deren journalistische Sorgfaltspflicht verletzt worden ist. Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, dass das Video ja bereits fertig geschnitten gewesen ist und sie sich dann erst nochmal bei... Danke für den Forderung. ... bei Rezo gemeldet haben. Vor allem warum überhaupt, wenn die das Video danach nicht mal mehr bearbeitet haben? Bei dem Telefonat und der Sache mit dem Therapietermin haben sie halt nur geschrieben, dass sie nicht das komplette Telefonat zur Verfügung haben und es daher... Ähm, das VOD von gestern, vorgestern, hier wird gerade im Chat gefragt. Ähm, ich habe es offline gestellt wegen Copyright-Beschwerden. Ähm, ich hatte Angst, dass ich von einem der Leute, auf die ich reagiert habe, einen Strike reingedrückt bekomme. Deswegen habe ich es, ähm, privat gestellt. Aber die einzelnen Reactions wird man auf YouTube finden. ... halt jetzt schlecht rekonstruieren können. Es ging darum, dass Rezo das hier nicht geglaubt worden ist. Ich zeige jetzt doch diesen geblurrten Paar, weil er belegt, dass das mit der Therapie nicht wegen Hektik untergegangen ist. Stattdessen hatten sie auch da wieder unbegründete Vorurteile und haben mir das in dem Moment mit der Therapie nicht geglaubt. Im Telefonat mit Störung F wurde mir nämlich gesagt, ich hätte gelogen und dass ich das mit der Therapie nur als Ausrede benutzen würde und Fristen extra nicht einhalten würde, um Spielchen zu spielen. Und das müsst ihr euch einfach mal überlegen. Ein Theo Stratmann sagt zu denen, Ja, also ich bin auf jeden Fall mega reich. Ich habe zwar keine Belege dafür, aber ich bin es. Ich sage mal so, wenn Theo Stratmann reich ist, ich weiß auch nicht, was noch unrealistischer ist, aber wenn Theo Stratmann reich ist, dann ist Shuyoka auch sehr gut im Argumentieren. Jetzt bekommen wir ein Rate von Tobias Hoek. Ey. Danke für euren Rate. Wenn andere was anderes behaupten, und danke für die Follows. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen leiser. Folgt gerne alle rein. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Stream. Ich bin Hugo. Ich mache hier auch Reactions, ähnlich wie Tobias. Ich bin quasi so ein kleinerer Bruder von ihm oder Sohn. Man weiß es nicht. Leider heute ein bisschen Internetprobleme, deswegen ist die Bitrate unten. Normalerweise ist meine Qualität besser. Deswegen folgt gerne rein, wenn ihr meinen Stream auch mal in besserer Qualität sehen wollt. Und wir haben das Follow-Ziel erreicht. 2.500 auf Twitch. Yay. Danke euch. Und viel Spaß. Wir reagieren gerade auf Kuchen. Steuerung F so. Geil, Digga. Dich wollen wir auf jeden Fall haben. Und wenn ein Rezo dann sagt, dass er jetzt eine Therapiestunde hat, die halt eine Stunde geht, dann sagen sie, boah, also ob wir dir das jetzt glauben können? Ich weiß ja nicht. Zu der Anfrage an... Ja, warum fragt man, wenn man es am Ende eh nicht glaubt? Das ergibt ja keinen Sinn. Rezo schreiben sie, dass 48 Stunden komplett in Ordnung gewesen wären, wenn er das denn sofort gelesen hatte. Und naja, also eine der Fragen war halt folgende. Bei mir ist Standbild, ja. Ich kann halt nichts machen. Das ist komisch. Ich hatte einen Monat lang überhaupt keine Internetprobleme mehr. Und jetzt auf einmal habe ich einfach fast keinen Upload mehr. Verschwörungstheoretiker würden behaupten, es sind Cyberangriffe wegen der Wahl. Eine Frage war basically folgendes. Was sagst du zu manchen Teilen dieser wissenschaftlichen, institutionellen Einordnung aus diesem englischsprachigen PDF, was... Finde ich gut. ...sich auf zahllose Meta-Analysen und Studien bezieht und über 97 Quellen referenziert. Erst mal... Ich stimme zu. ...mein Mr. Rezo ja innerhalb von dieser Zeit erst mal Zeit haben, die Fragen überhaupt beantworten zu können. Dann muss er diese ellenlange Studie lesen, verstehen, sich Gedanken darüber machen, um dann eine ausführliche Antwort zu geben. Also 48 Stunden erscheint mir bei so einer komplizierten Frage dann doch etwas wenig. Als Grund, warum das okay ist, schreiben sie unter anderem, dass Rezo ja auch mal ein Produkt bei More Nutrition mitentwickelt hat. Daher dachten sie, dass er sich dazu äußern kann. Macht jetzt nicht allzu viel Sinn. Ich verstehe halt nicht, warum haben sie jetzt nicht einfach gesagt, ja Entschuldigung, wir nehmen die Schuld auf uns, wenn die halt bei denen liegt. Weil ich meine, hier reden sie sich halt ziemlich offensichtlich nur schlecht raus und machen das Thema damit wieder viel größer. Das hätte ja jeder vergessen gehabt, wenn die jetzt einfach nur gesagt hätten, okay, wir sehen es ein, wir haben Fehler gemacht, hätten wir nicht so framen dürfen. Aber jetzt machen sie es quasi dadurch wieder groß, dass es eben sehr stark so wirkt, als wollten sie sich hier irgendwie rausreden. Ich bin einfach sehr stolz und das könnte man hier nicht wiedergeben. Wenn es doch eigentlich relativ offensichtlich ist, dass man auch keine guten Ausreden findet. Außerdem schreiben zwei von drei Reviewern, dass er ja ein Medienprofi ist und deswegen hätte er die Bewertung auch so hinbekommen müssen. Unter anderem gehen sie auch auf einen Punkt ein, wo im Podcast dann später Folgendes behauptet worden ist. Haben auch versucht, ihn zu erreichen. Ja, diese Antwort hätte ich mir auch auf jeden Fall gewünscht und ich hätte super gerne persönlich mit ihm darüber gesprochen. Aber ja, leider hat er uns auf diese Frage nicht geantwortet und es ist auch bis zur Veröffentlichung unseres Films zu keinem persönlichen Gespräch zwischen uns gekommen. Das stimmte ja nicht, denn... Also das eine war uns im Sinne von sie und das andere war uns im Sinne von irgendwie das ganze Team oder so. Es gab ja ein persönliches Gespräch. Als Ausrede sagen sie hier, dass es einfach doof formuliert gewesen ist. Denn im Gespräch klingt es natürlich... Ey, wenn ich aufs Handynetz wechseln könnte und was besser wäre, hätte ich es bereits getan. Das Problem ist, dass es noch schlechter heute. Ich weiß nicht, was los ist. Ich hatte seit einem Monat keine Probleme mehr. Es ist heute der erste Tag, dass es so aus dem Nichts auf einmal so dermaßen schlecht ist, mein Internet. Aber ich dachte, vielleicht wird es besser gegen später. ...wähl ich so, als ob die mit Störung F nicht geredet hätten. Rezo hat dazu ja damals ein Video gemacht und die Ausrede mit... Ja, also, das ist einfach doof formuliert gewesen, macht halt überhaupt keinen Sinn. Weiß ich jetzt nicht, Bro. Der Satz war halt... Leider hat er uns auf diese Frage nicht geantwortet und es ist auch bis zur Veröffentlichung unseres Filmes zu keinem persönlichen Gespräch zwischen uns gekommen. Rezo hat ja damals ebenfalls ein Video dazu gemacht und sagt folgendes... Aber abgesehen davon, dass das grammatikalisch keinen Sinn macht, ist es noch viel... Ähnlich wie Shannon. ...offensichtlicher, dass das eine Ausrede ist, wenn man sich folgendes vor Augen hält. Ein solches Gespräch stand nie im Raum. Desirée hat mich auf Instagram nicht nach einem Gespräch gefragt, auch per Mail und per SMS nicht. Auch ihr Kollege Sebastian, mit dem ich ja in Kontakt stand, hat nie danach gefragt, ob ich mit Desirée reden möchte. Ich habe auch STRG F nochmal in meiner offiziellen Anfrage-Mail gefragt. Ich möchte auch unbedingt mit Desirée reden. ...ob sie wüssten, wo so ein Gespräch jemals im Raum stand. Auf diese Frage haben sie auch nicht geantwortet. Also, dass das nur falsch formuliert gewesen ist, macht halt nicht allzu viel Sinn, wenn dieses Gespräch nie im Raum gestanden hat. Es geht dann auch noch um deren Statement-Video. Dazu schreiben sie, dass sie sich verrannt haben, weil sie auf der einen Seite ihre Arbeit verteidigen mussten, auf der anderen sich transparent mit den Fehlern auseinandersetzen wollten. Ja, verteidigen, aber verteidigen funktioniert nicht so, dass du eben Ausreden suchst. Naja, eigentlich muss man Dinge nicht aus Zwang verteidigen, wenn man kein komisches Ego-Problem hat, denn dann wäre man einfach offen damit umgegangen. Und wenn es nichts zu verteidigen gibt, dann gibt es halt auch nichts zu verteidigen. Ich meine, die konnten ja auch nicht irgendwie jetzt eine Lüge direkt aufdecken. Also, ich weiß nicht, ob die so einen Punkt wenigstens gemacht haben. Wahrscheinlich schon, aber den habe ich dann 99% wieder vergessen. Die haben jetzt nicht krass aufgezeigt, dass es da ein Framing gegen die gab oder so, dass sie quasi am Ende doch im Recht waren. Das gab es ja nicht. Es gab ja jetzt nicht irgendwelche Punkte, die die aus der Welt geschafft haben, wo wir so am Ende gesagt haben, ach so, also wenn das so war, dann habt ihr ja doch komplett Recht gehabt. Das gab es ja hier nicht. Dementsprechend ergibt das nicht besonders viel Sinn. In der Ausarbeitung sind sie dann auch noch auf sehr viele kleinere Fehler eingegangen. Ich überspringe das hier aber einfach mal, sonst würde irgendwann das Video zu lang werden. Die Frage, die uns jetzt natürlich alle interessiert, was für Maßnahmen ergreifen sie denn jetzt, dass sowas nicht nochmal passiert? Erstmal schrauben sie den Output runter. Statt 43 Videos im Jahr gibt es jetzt nur noch 30. Und vor dem Hochladen soll jetzt nochmal ein unabhängiger Journalist einen Faktencheck durchführen. Was ich nicht so ganz verstehe. Denn bei Funk ist es so, dass bevor ein Video veröffentlicht werden darf, der Vorgesetzte immer sich nochmal dieses Video anguckt. Ja, aber wenn der halt sich nicht auskennt mit der Thematik oder es einfach nur durchwinkt, bringt das nicht viel. Ich schätze, dass das häufiger mal das Problem ist, weil es gab ja einige Fails. Also es gibt ja durchaus auch gute Funk-Sachen, aber wenn das wirklich jemand Unabhängiges nochmal überprüfen würde, dann gäbe es nicht diese Mega-Fails, wo sich dann alle monatelang drüber lustig machen. Normalerweise sollten dieser Person die Fehler ja schon auffallen, denn sonst macht er seinen Job ja irgendwie nicht richtig. Warum sollen wir dann jetzt für noch eine Person bezahlen, die nochmal drüber guckt, weil es die eine Person nicht hinbekommt? Dazu dann auch noch diese Punkte hier. Unter anderem werden die Videos jetzt länger vorproduziert, um weniger Druck zu haben. Die Quellen werden ab sofort transparent gezeigt. Und bei Anfragen... Was? Ihr zeigt Quellen? Das ist ja krass. Also wer würde auf die Idee kommen, Quellen zu zeigen als Nicht-Funk-Kanal? Zugegebenermaßen, die Idee hatte ich nicht selber, aber sogar ich gebe hier eine Quelle an. Ihr seid Funk und macht keine Streams, sondern Filme, die ihr über Wochen produziert. ...fragen, soll es mehr Vorlauf geben. Außerdem sollen... Und ja, die Idee habe ich von Tobias. ...Zukunft bei Fehler mehr Transparenz gezeigt werden. Und ja, das ist das gesamte Dokument. Ein Dutzend Leute, 6 Monate, 17 Seiten, wo wieder einige Fehler nicht wirklich eingesehen worden sind. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Wie gesagt, waren das alles keine Sachen, wo man sich jetzt wirklich monatelang hinsetzen musste, um zu gucken, was da falsch gelaufen ist. Denn offensichtlich sind es einfach talentfreie Journalisten, die voreingenommen in Themen reingegangen sind, einfach irgendwelche Falschinformationen verbreitet haben und mit Rezo dann auch noch sehr komische Spielchen gespielt haben. Dann kam ein schlechtes Statement mit dem Typen hier, der komplett in unsere Seele guckt, Junge. Ja, dieser Typ hier. Ist das gruselig. Und man hat versucht, die Fehler runterzuspielen oder sogar ganz zu vertuschen und kaum irgendwas einzusehen. Hier waren einfach unfähige Journalisten am Werk. Und in jeder normalen Firma wären die direkt gekündigt worden. Das Einzige, was jetzt hier passiert ist, dass, okay, weniger Videos gedroppt werden und auch, dass die Videos jetzt... Nee, das kannst du nicht so gut. Ey, ähm... Vielleicht liegt das einfach nur daran, dass die Bitrate heute so niedrig ist und mein Seelenaussaugender Blick nicht so gut übertragen wird. Ich schätze, das ist das Problem. ...noch mehr gecheckt werden, was irgendwie komplett unnötig ist. Auch unfähige Journalisten sollen natürlich die Möglichkeit haben, sich zu verbessern. Aber dann bitte nicht... Ja, auch unfähige Journalisten. Also ein Herz für unfähige Journalisten, bitte. ...auf einem Kanal mit über eine Million Abonnenten, dass die Leute so schlecht arbeiten, ihre Fehler vertuschen wollen und damit auch anderen geschadet hätten. Wie zu... Hä, Alpha Kevin hat doch auch fast eine halbe Million, oder? ...z.b. Rezo. Ja, gut, dass kein Journalist. ...und das bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sorry, da kann es für mich keine andere Konsequenz geben, als dass diese Leute rausgeworfen werden. Dass wir jetzt quasi für diese unnötige Ausarbeitung bezahlen mussten, dass der... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einfach nur lächerlich. Was da geht dazu, schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Äh, ja. Gutes Video, würde ich sagen. Halt wieder eine weirde Stellungnahme von Störung F. Ich habe es nur so ganz am Rande mitbekommen. Ich habe mich vorher nicht wirklich damit beschäftigt, aber... Ja, keine Ahnung. Mal schauen, bis sie wieder ihren nächsten Fehler machen. Kann ja nicht allzu lange dauern. Die hatten ja so den ein oder anderen... den ein oder anderen durchaus interessanten Punkt gehabt. Also, in ihren Videos bis jetzt. Die mehr oder weniger, meist eher weniger, ähm, Sinn ergeben haben.